Schön, dass du noch da bist, Flickflack. Freut mich sehr. So. Kohle produzieren wir. China ist in der Forschung, das braucht aber noch ein bisschen. Versorgung. Kann auch nur einmal gebaut werden. Okay, interessant. Generator steckt in der Forschung. Und dann hätten wir genug Strom. Mich würde tatsächlich auch mal die Wasserpumpe interessieren vor allem. Weil der Verbrauch momentan ziemlich hoch ist. Wo ist denn der Radius? Das ist gut so. Hier wäre der Platz nicht schlecht. Einmal drei Quellen, die wir anzapfen könnten. Ja doch. Das sieht valide aus. Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass es hier dran gelegen ist, dass es den Einwohnern sehr gut geht. Vielen lieben Dank. Scheint ja auch ein bisschen spannend zu sein, sonst wäre es ja schon längst weg. Okay. Speertruppe, was hat er für uns entdeckt? Herzadern. Das ist natürlich interessant. Ich schiele schon wirklich diese Regionsverbesserungen an. Einfach aus den anderen Regionen mehr Ressourcen oder überhaupt mehr Ressourcen raus zu gewinnen. Finde ich doch echt spannend, die Option. Okay. Weile mit Weile. Wozu mit Essen ist in Ordnung. Wasser. Ach ja genau, die Pumpe war doch hier am Bauen. Ich beschleunige mal kurz auf 300. Einfach weil ich wissen will, wie viel effektiver die Wasserpumpe ist. Oh, die brauchen eine Verbindung ins Straßennetz. Gucken. Ah ne, ist doch angeschlossen. Okay. Oder? Ne. Ist nicht angeschlossen. Sonst gab es immer irgendwelche Symbole. Ach, das wird vom Baum verdeckt. Das ist ja auch... Bisschen grottig. Aber okay. Bisschen grottig. Aber okay. Ja. Ähm. Kann ich das jetzt upgraden zur nächsten Stufe? Ja. Da draußen auch eine Wasserpumpe? Ja. Das ist ja cool. Das ist ja sehr nice. Okay. Strukturen. Ich hab doch genug. Zu viele Windräder. Unglaublich. Wo sind denn die Brunnen hier? Kann sich auch lohnen abzubraden. 96. Was? Tag. Wo ist der dabei rauskommt? Ah, der Kohlengenerator ist abgeschlossen. Sehr schön. Ressourcenversorgung. Der Kohlengenerator. Ach, 200 Draht. Okay. Die Ressourcen sind alle da. Da kommen wir den mal schön weit weg. Sehr schön. Sehr schön. Okay, das Aufkommen von fossiler Brennstoffe. Die Geschichte wiederholt sich einfach immer und immer wieder. Wir stehen davor Neuland zu betreten. Nach einer sehr langen Zeit werden wir wieder in der Lage sein Strom aus fossilen Brennstoffen zu erzeugen. Von nun an sind wir nicht mehr vom Wind abhängig. Das ist richtig. Das ist fast alles bereit für den Bauern. Das ist also Kohlebetriebene Generators. Diese Konstruktion erlaubt eine Stromerzeugung im großen Stil. Auch wenn sie stetig Treibstoff brauchen wird. Plötzliche Ausfälle könnten uns zugrunde richten. Besonders wenn unsere Infrastruktur von Kohle abhängig ist. Wir müssen unsere Kohle vollkommen finden und abbauen. Das haben wir ja sogar zwei gefunden. Ich lege einen Treibstoffvorrat an für den Notfall. Das ist natürlich nicht verkehrt. Obere Kabine zu verrufen können. Genau. Genau. Und jetzt. Ho wszigens bräuchte ich da mehr. ist echt ätzend spätrupp raumstammquelle sehr schön gut zu wissen wo ist die gute frau hier die provinz weiter erforschen 10 tage 4 tage das potenziell schneller geht so regionsverbesserungen da bin ich echt gespannt da hoffe ich mir zumindest auch recht viel davon einfach weil dann in der regionalsübersicht wesentlich mehr möglich ist straßenbau für schnellere schnellere ressourcen transporte in unser basislager aneinander nach engagierte arbeitskräfte kneipe und angemessene mahlzeiten ackerbau ein acker hatte ich doch mal schon hier ich habe mich bisher noch niemanden draufgesetzt weil ich die ressourcen bisher noch gar nicht weiterverarbeiten konnte und das micromanagement ist doch dann noch zu wichtig das heißt mit den knappen ressourcen der arbeitskräfte auszuhalten ist kein leichtes warte mal wenn die kinder jetzt alle erwachsen werden würden haben die dann alle noch nein haben wir nicht wir haben zu wenig wohnen platz und das aber mal auf ein haus und haus upgraden einfach mal gucken wie viele personen dann platz haben so mal kurz 200 prozent ressource wählen strom was denn sonst ok 45 kohle brauchen wir verhält es uns wieder in arbeitskräften um das gescheit zu machen das zu pausieren macht keinen unterschied ist schwierig ich bräuchte einfach mal ein paar bewohner mehr so wie sieht es denn jetzt aus wasserressourcen da waren wir doch auch drin Entwicklung abgeschlossen konserve ok dann gehen wir mal Richtung Kneipe kann ich die konserven irgendwo herstellen oder muss ich die irgendwo herstellen aber das war zum mehrzweck Integration von Mischherstellung von einer moderaten mechanisierten Produktion unterstützt wird Elektrowerkzeug konserve vorrat Maschinen verbraucht aktiven Zustand 800 Elektrizität ja Prost Mahlzeit so ich glaube die Wasserpumpen brauchen ja auch Strom ne ich hab zu wenig Strom aha kein Strom auch wenn du die Ernte auf den Feldern nicht weitermachen kannst lohnt es sich schon einen Vorrat anzuschaffen hat nämlich nur genügend arbeitskräften ja genau das ist auch mein problem ich hab halt keine arbeitskräfte und etwas zu produzieren auf halte ich bin da voll und ganz bei dir würde ich ja gern tun aber es fehlt halt einfach dann an anderer Stelle was braucht denn jetzt hier alles so viel Energie hey 300 aber der Wind pfeift einfach auch nicht merkwürdige Licht am Himmel na klar es ist wie die wie in den Geschichten vom ersten Tag selbst die Nacht scheint ihre Dunkelheit zu verlieren die Sonne scheint jetzt schon seit ein paar Tagen heller und stärker heute ist der siebte Tag dieser Ereignisse und wenn unsere Vermutungen und Geschichten stimmen werden wir dasselbe Szenario erneut erleben okay hoffentlich ist nichts worüber wir uns Sorgen machen müssen oi interessante Erscheinung Sonnensturm ja ich fürchte dass alles was elektrisch betrieben ist halt Nachteile hätte bei einem Sonnensturm wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen ein halbes Jahrhundert später holt uns das gleiche Desaster erneut ein wir sind nicht so fragil wie die moderne Welt die den ersten Sturm erlebt hat doch wir sind uns sicher dass es nicht uns Leid nach sich ziehen wird wann und in welchem Ausmacht wird die Zeit zeigen ja ich glaube je mehr elektronische Gerätschaften und Produktionsstätten in Betrieb sind desto schlimmer wird das jetzt habe ich hier zwei geupgradet und das fällt mir jetzt gerade auf die Füße so die Schmelzhütte die macht uns Bronze wenn ich sie aber kurz abschalte ich wenigstens wieder ein Strom Plus was verbraucht denn so eine Pumpe zu 160 meine Herren genug Eisenbahnen eigentlich die Gießerei verbraucht keinen Strom vielleicht könnten uns die Regionen helfen hier kommt auch Fleisch und Wasser an Mh 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 könnte ich achso oh ist die Forschung abgeschlossen ich kann auch Straßen bauen Endlich so erhöht die tägliche Produktion natürlich auf jeden Fall bauen bitte Food Supply okay na klar Workforce ich die aus der aus den Regionen abziehe ich die abziehe ist doch keine Produktion mehr von Wasser da oder anscheinend aber doch die Anzeige ist einfach auch verwirrend ich dachte dass hier die Workforce die Arbeiter die ich hier einsetze dass die verteilt werden an den Standorten hier weil ich ja hier drei Gebäude mit je zwei möglichen Arbeitern besitzen könnte das wäre ja die gleiche Anzahl allerdings bin ich mir diesem Supply nicht so ganz schlüssig dass diese Konserven sind die man da demnächst bauen können produzieren können produzieren können produzieren das Wasser karges Land wir ziehen weiter bitte so in sieben Tagen werden wir diese Region auch erforscht nach zehn Tagen mhm sehr schön so hier wird eine Straße hier gebaut oh sieh an Kinder sind zu Erwachsenen geworden ja ich hatte hier auch okay es erhöht sich um zwei Wohnraum kostet mich aber auch 95 Strom so jetzt muss ich wieder ein paar Unterkünfte bauen ich möchte nicht dass die Leute da im freien schlafen müssen so jetzt haben wir aber 16 Leute zur Verfügung diese ich bräuchte vier drei Handwerker alles zur Verfügung jetzt mal konnte ich noch mehr ausbilden oder selektieren oder ich habe es jetzt einfach verblödelt was ich nicht ausschließen möchte so jetzt was für Aufgaben haben wir dann alles oh welche abgeschlossen auch Gasen und Bronze hat das lange gedauert bis die Bronze Produktion losging äh genauer Generator und Kohle Bevorratung von Kohle da können wir ein bisschen Gas geben wir haben ja jetzt genug Leute Bergarbeiter da so wir sind auch aufs Maximum der Mahlzeiten dann möchte ich gerne hier Hausgut Reserve einfach mal Mahlzeit erhöhen wir mal auf 10.000 das ist irgendwas anderes was man noch erhöhen sollte wenn wir schon dabei sind Kleidung herstellbar eigentlich im grünen Bereich öffnen wir das Holz noch sollte erstmal passen Warte auf den Abschluss der Vorbereitungen das Ziel Medizin ja das ist alles so das fühlt sich erstmal so weit weg an bis man das erreicht Handwerker dauert noch ein bisschen ich sollte mich immer um meinen Tee kümmern sieht auch länger als eigentlich sollte mal kurz was trinken auf dich Flickflack so wie sieht es denn aus mit der Ausbildung Handwerker Handwerk ist auch gleich abgeschlossen ok ok so ein Handwerker bereit ich brauche ja noch 2 bitte trainieren so coole Produktion 115 pro Tag sauber eine Arbeitskräfte guck an sechs Stück frei ich könnte also voll zum Vorhinschöpfen bei der Strom Produktion sollten Batterien erfinden um den Überschuss zu speichern vielleicht kommt das ja noch so die nehmen wir erst in Betrieb wenn wir die Kohlevorrat entsprechend hoch haben Schluss der Vorbereitungen die Mahlzeiten sind ja super Leute sind glücklich gut können wir dann mit der Nahrungsverteilung vorgehen was produzieren wir 332 zusätzliche Nahrungsmittelversorgung 323 aber ich sehe gerade viel schlimmer unsere Wasserversorgung ist echt scheiße ich glaube ich muss einfach anfangen hier Strom zu produzieren Teufel komm raus in der Hoffnung dass wir so viel Kohle abbauen dass wir einen Vorrat weiterhin an ansetzen können und ich darf noch einen weiteren Zuschauer begrüßen Hallihallo ja gute Frage ob das jetzt ein stummer Zuschauer ist oder nicht beim Steam Manager wird mir zumindest 3 angezeigt bestimmt auch die Möglichkeit Nutzer im Chat er hat mir sogar noch mehr angezeigt aber nicht die aktiven tatsächlich oder ich finde es einfach nicht oh Rattenbelage das ist schlecht unsere Nahrungsgeschäfte 10 Nagetiere an unsere Lagerbestände schrumpfen es kommt nicht unerwartet aber wenn uns keine solide Lösung anfällt kann das Problem eskalieren Nahrungsverluste allein sind enorm problematisch das Schlimme ist diese pläage Geister werden Krankheiten übertragen das stimmt natürlich die zu Epidemien führen können mhmhmhm ich denke dann wo das Beutegetauchende Jäger auf es gibt nichts was wir tun können Fallen könnten eine schnellste Lösung sein oh Chemieköule das liegt jenseits unseres Produktions- Vermögens das ist wohl wahr Fallen dann sollen sie halt Fallen bauen bitte So, unser Generator funktioniert immer noch nicht, weil uns die ausgebildeten Fachkräfte fehlen. Ich erhöhe nochmal die Geschwindigkeit auf 200 Prozent, damit die Handwerker relativ schnell da sind. Okay. Wunderbar. Produzieren Strom, ach du liebes Lieschen, ach, wow, 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 das ist ja krass, wow, okay, das ist ja, 9000, das ist ja echt krass, das macht mich jetzt echt buff, so, würde mich mal mal interessieren, ob der Kohle, die Kohle trotzdem steigt tatsächlich, also wir scheinen genug aus dem Backpack rauszuholen. Benötigt 45, deswegen machen wir 115 pro Tag und 45 pro Tag werden wir wahrscheinlich verbrauchen. Ja, das ist schon echt krass, ja, also ich hätte nicht gedacht, dass die Stromproduktion so immens ist, wäre ich nicht von ausgegangen, tatsächlich. So, das hieße doch, wir können, wir können das Wasserproblem hoffentlich beseitigen, indem wir jetzt die Pumpen endlich einschalten. Die haben uns hier abgehalten, ordentlich Wasser zu produzieren. Unsere Knappheit ist schon echt übel. Die Ressourcen steigen auf jeden Fall, die Anzeige, glaube ich, unten drunter ist nicht so ganz korrekt, oder doch. Puh, wir versuchen dich, die Wasserverteilung anzupassen, ja. Naja, das sieht doch gut aus, momentan produzieren wir doch echt stark an Wasser. Vielleicht, dass wir jetzt so einen Überschuss haben, sollten wir vielleicht mal schauen, welche Brunnen man noch graden kann, das wäre doch ziemlich genial. Jetzt haben wir ja so viel Stromüberschuss. Eine Gruppe von Reisenden. Eine Gruppe von Streunenden, der uns allesamt schlechter geht als uns. Bittet um Erlaubnis, sich uns anzuschließen. Plus fünf Arbeiter. Okay. Warum nicht? An der Schwelle zum Aufstand. Wir arbeiten stundenlang an diesem Brüten in Hitze, ohne angemessene Wasserversorgung. Wir können euch geben, was ihr braucht. Ja, natürlich. Oder wurde jetzt die Wasserverteilung... Ne, ist doch immer noch. Genauso. Wenn jetzt der Boden nun fertig ist, ich erhöhe mal auf 300. Prozent. Wenn ich einfach mal sehen möchte, dass sich die Wasserproduktion da erhöht entsprechend. Ja, wunderbar. Revolution abgewindet, würde ich mal behaupten wollen. Rattenplage. Okay, mit Fallen hat es funktioniert. Wunderbar. So, Rattenplage. Zweite Phase. Wartet darauf, dass alle Fallen abgestellt sind. Das ist okay für mich. Kohle kommt auch. Warte auf den Abschluss der Vorbereitung. 6 vor 20. Okay. So. Schwerbericht. Nichts Besonderes. Gut. Dann kann die gute Dame da hinwandern. So, jetzt hatten wir doch hier in dieser Region doch auch Straßen errichtet. Wir haben... Wir haben doch... Straßen. Die haben eine Grundversorgung, eine Grundproduktion. Guck an. Wir erhöhen das nur pro... Menschen, die wir da hinschicken. Das ist ja auch interessant. Fleischproduktion und Wasserproduktion. Dann haben wir noch drei Arbeiter übrig, wenn wir zwei wieder da hinschicken. Dann ist die Produktion auch im grünen Bereich. Auf der Kippe Sicherheitsgefühle ist verloren gegangen. Schlaßlastung für gemeinsame Arbeiter zusammen, um Werkbänke-Werkzeuge zu fertigen. Und Lage. Wir haben ja... Genügend Strom. Strom. Gegenwasserversorgung extern. Nee. Ich... Lieber hier die Produktion erhöhen. Als jetzt die Mitarbeiter... Auf externe Tourzuhöre... Zu bringen. Gesundheit und... Sicherheit. Ja, Gesundheit. Das ist halt... Blödesdingen Regelungen für die Einwohner. Lass die Steinzeit hinter uns. Wir schlagen eine neue Abmachung vor. Wir müssen unsere Kleidungsbedürfe nicht mehr... ...die Lederfetzen stillen. Ab sofort wollen wir komfortable Kleidung tragen. Indem wir neben Leder auch Leinen verwenden. Aha. Mhm. Mhm. Wir können uns diesen Luxus nicht leisten. Doch ich denke schon... Händler eingetroffen. Da ist mir jetzt aber eigentlich... ...bisschen Schnuppe. Weil wir haben hier einen Bauernhof. Jetzt hatten wir auch endlich mal Sinn. Können wir nämlich Leinen produzieren. Und drei haben wir ja da übrig... ...die Leinen produzieren können. Und die Leinen können ja... ...in der... ...Weberei oder Schneiderei... ...Moment, wo ist denn meine Schneiderei? Hier ist meine Schneiderei. Nicht genügend Ressourcen. Hä? Ach, jetzt wollen sie noch Leinen. Jetzt verstehe ich. Okay, das ist einfach noch zusätzlich. Okay. Okay, 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 okay. Was für Kleidung wird dann hergestellt? Einfach auch nur Kleidung. Ja, tatsächlich. Naja, Bauern, dann... ...Rutig ans Werk. So, in den Dickengebieten scrollen. Oder geht das Management nur über die Gesamtansicht der Karte? In der normalen Spielkarte, wie du es jetzt hier auch siehst, ähm... ...hab ich wirklich nur mein Hauptbasislager. Sämtliche... ...sämtliches Management für die Regionen muss ich in dieser Weltkartenansicht erledigen, tatsächlich. Aber ich hatte ja die Befürchtung, dass ich ja hier tägliche... ...dass hier ja diese zwei Konserven hier abgebildet sind. Und ich dachte, wir müssen auch Konserven... ...zur Verfügung stellen. Oh, da ist das Strom. Ne, das soll ein Konserven sein, ne? Sieht aus wie Fisch. Konserven zum Beispiel. Entschuldigung. Ne, dass ich das zur Verfügung stellen muss, damit die effektiv arbeiten. Aber ich krieg ja Fleisch und Wasser aus den Regionen, tatsächlich. So, Wasser. Jetzt hier werden wir massig. Hier haben wir... ...ebenfalls zwei... ...Straßen kann man bauen. Bin ich jetzt so angewiesen auf das Wasser extern. Mine, das würde mich auch interessieren. Was da passiert, aber ich habe zu wenig... Ach, ich hätte genug Leute. Tatsächlich... ...Richtungskosten. ...einfach mal bauen. Ich muss ja auch mal wissen, wie das funktioniert. Einfach mal ins Blower hinein. ... ...Straßen kann ich nicht bauen. Mir fehlen Steine. Okay. Lager zu 90%. Voll. Ist aber okay für mich. Wir hatten doch... ...es gab doch irgendwo ein Gebäude. So, ist das Ressource. Stofflager. Stein. Irgendeins hat auch... Ach ja, genau. Die Grube macht auch Stein. So, warum war das richtig? Hier habe ich die Grube. Das produziert mir ja gerade den Sand... ...für Glas. So, übersicht sich nicht, wie viel Glas ich habe. Sand. Wir haben viel Sand. Wie viel Glas haben wir denn... ...mittlerweile? 655. Ich könnte die... ...Produktion... ...wohl, ich habe gerade acht Arbeiter zur Hand. Mache ich einfach eine Grube nebendran. Was soll der Geiz? ... Exakt. Also diesen Ausschnitt hier, den ich hier zur Verfügung habe. Es gibt leider keine Übersichtsmap oder auch keine... ...keine Minimap, wo man das sehen kann. Aber ich habe tatsächlich sehr begrenzten... ...bauraum. Macht es aber auch interessant, finde ich. Steine zum Bauen von dem Ding. Okay, der ist ja mittlerweile überflüssig. Kann ich ja nicht aufreißen. Kein Stein zur Verfügung. Schriftstellerische Tätigkeiten. Guck an. Okay, Steinmütze. Hier ist die Kaschema. Ich hatte doch auch die Kneipe, ne? Verbraucht... ...Kritizität. Oh, die hat aber einen riesen Radius. 280 Strom, Glas, Draht. Gummliche Ortsum verbessert die Unterhaltung und Entspannung. Sicherheit und Gesundheit. Das wäre eigentlich auch mal sehr wichtig. So, die Fallen aufgestellt. 5,5,5, okay. Das ist noch eine dritte Phase. Oh, nein. Die Mahlzeitenproduktion wieder runter. Zum Glück haben wir ein gutes Polster. Probeinens riesiges Mineralvorkommen. Uh, das hört sich gut an. Probeinens karges Land. 30 Kinder. Wieso ist denn jetzt wieder die Essensproduktion so bescheuert? Guck mal, die Leinenproduktion ist auf jeden Fall mal angelaufen, so wie es aussieht. Jetzt muss man rein drauf. Suppenküche. 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 Pilze gehen runter. Okay, ja, im Sommer. Ich muss einfach noch ein bisschen Pilze sammeln. Fischhammer en masse wieder. Bitte Fischsüppchen machen. Und leg los. So, dann haben wir noch sechs Mitarbeiter übrig. Nachricht von der Gemeinschaft und wachsende Massen. Unsere Siedlung beginnt, einer riesigen Maschine zu ähneln. Angetrieben und ihre Arbeiterschaft. Wir müssen ihre Versorgung sicherstellen. Wir sollten die Expansion unserer Bevölkerung prüfen und dabei natürlich sicherstellen, dass wir sie versorgen können. Eine Gesamtkraft von 350 Leuten sollte fast ausreichen. Okay, 350 ist ein Wort. So, Steine. Mal bald zusammen. Haben wir jetzt irgendwas, was uns die Produktivität der Nahrungsmittel Versorgung darstellt. Okay, Zugang zur Medizin, Gesundheitswesen, Jahreszeit. Okay. Von der Jahreszeit kann ich nichts ändern. Arbeitskraftzustand. Sechs Leute krank. Zugang zur Medizin. Das ist natürlich eine interessante Frage. So, Drucksysteme, Brennerei, Alkohol, Getränke. Oh, cool. Produktionskette, allgemeine Werkstatt. Medizin, auf jeden Fall. Ich brauche aber Drucksysteme. Da fehlt es mir an Kupferbarren, so wie es aussieht. Produktion Kupferbarren, auch ich hatte hier Kupferbarren, Produktion. Geschmelzhütte eingestellt. Früher hatte ich hier Kupferbarren, Produktion, ist das richtig? Vorhin waren wir die wieder an. Wir können den zweiten noch in Betrieb nehmen, um die Bronze Produktion aufrecht zu erhalten. Dazu habe ich aber zwei ausgebildete Handwerker. So, das könnten wir eigentlich auch wieder umstellen. Zumindest mal ein auf Papierproduktion. Produzieren wir da genug Holz, haben das Lager auch wieder entsprechend gut gefüllt. Wenn der Wind gut bläst, dann... Stark. Sehr hohe... Produktion an Elektrizität, das ist schon echt... Echt erstaunlich. Die Wasserproduktion ist mehr als genügend. Mahlzeiten. Was sieht es denn mit unserer Fisch-Ressource aus? Materialien. Fisch. Version 24, ich glaube auch 44. Okay, dass das Lager schrumpft. Für Deutsch. Richtig noch. So eine Fischer... Fischerhütte quasi, Rohstoffe. Fisch. Sieht doch hier valide aus. Oh. Ist wohl einer gestorben. Minus ein Handwerker. Kohlevorrat ist fast... ...dem Niveau, was wir brauchen. Würde es nur mal interessieren, wo der jetzt gestorben ist. Die Arbeitskraft fehlt, ja? Ah, hier. Der Miene. Hat uns Status gut. Das Mittelproduktion ist eigentlich okay. Auf 300% für die Handwerker. Dann kann ich nochmal einen ausbilden. Oder bis... Ja. Hm. Hm. Okay. Weil ich wollte... ...Steinproduktion hier machen. Okay, hier setze ich das mal aus. Hier wieder... ...vorder. Genau. Ich wollte nämlich hier weiter... ...schmelzen. ...schmelzen. Kupfer. Kupfer. So, ist das überhaupt die Voraussetzung gewesen? Hier Medizin. Drucksysteme. Sieben. Von was habe ich denn? Sieben. Ich gucke gerade auf die Falsche Ressource. Naja, Kupfer bauen. Schon... ...schon richtig... ...eigentlich. ...ein Kupfer pro Tag. Vier Kupfer. Schafft drei pro Tag ein. Kupfer bauen. Vielleicht sollte ich doch erstmal die Kupfer bauen... ...pushen, so gut es geht, um die Forschung... ...durchführen zu können. Produktion... ...an. Und dann... ...hol ich mir noch einen... ...Handwerker. ...habe ich hier noch... ...drei, die ich hier zum... ...Fishing aussenden kann. Das sieht doch gut aus. Ja, ich habe jetzt... ...zumindest mal, was Landwirtschaft angeht... ...ähm... ...die Leinenproduktion gestartet. Zum Glück hatte ich ja den Bauernhof schon. Das Getreide... ...bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe jetzt halt auch niemanden... ...der es abbauen könnte. Weil... ...die Idee von vorhin. Ja, ich würde auch gerne... ...im Voraus produzieren. Weil... ...mit den Drucksystemen... ...kann ich die Brennerei... ...Alkohol und Getränke machen. Das heißt, ich kann die Leute... ...Summischucke machen, dass es denen egal ist... ...in welchen... ...Zustand sie gerade leben. Aber ich brauche Kupferbaden. Deswegen... ...versuche ich hier gerade... ...Kupferbadenproduktion... ...anzukurbeln und Hände. Aber ich habe hier sechs kränkliche... ...Handwerker... ...das gefällt mir nicht so. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dagegen machen kann. Weil ich brauche das Kupfer dringend, damit ich... ...wiederum die Forschung betreiben kann... ...für die Drucksysteme... ...und dann... ...für die Medizin. Was ich dafür brauche... ...bin ich mir auch noch nicht so sicher. Allerdings konnte ich hier Kräuter anbauen... ...wo ich momentan im Kohlhof... ...das Gemüse immer angebaut habe. Ich denke mal davon aus, dass die Kräuter... ...für die Produktion der Medikamente... ...genutzt werden. Vielleicht auch die Pilze... ...für... ...Antibiotika. Aber ich verliere hier gerade... ...massiv Arbeitsplätze... ...aber ich gucke... ...ich hoffe doch... ...uch... ...ich wollte in die... ...Statistik. Ich hoffe ja, dass die Kupferproduktion... ...so weit gesteigert werden kann. Das ist mir ja wirklich... ...nützlich. Bis... ...wo haben wir... ...Kupfer, Kupfer, Barren... ...drei gelagert... ...und 500. Ich produziere vier... ...ich verbrauche sechs. Brauche ich so viel... ...für die Drahtherstellung? Ganzhaft? Wieso... ...werde ich die Drahtherstellung? Wieso... ...wieso... ...verbrauche ich... ...so viel Kupfer? Hm. Was braucht Kupfer... ...in der Produktionskette bei uns? ... ...Lehmsteinsand... ...Glasproduktion... ...verbraucht kein Kupfer... ...verbrauche ich den Kupfer? Das Lacke könnte man hier mal aufrüsten. Dann? Ja. Brauche ich denn jetzt noch Kupfer... ...Herrschaftszeiten? Brauche ich doch keinen Kupfer. Bei dem Elektrizitätswerk... ...gerantiert? Auch nicht. Sieht denn jetzt mit den Fischen aus? Fisch... ...42 produziert... ...40 verbraucht. Okay. Das ist ja in Ordnung. Kleidung... ...21 produziert... ...23 verbraucht. Ist ja auch interessant. Wieso haben wir jetzt Minus in der Produktion? Lager voll. Achso. Ja klar. Okay. Ich tue hier gerade das... ...Lager upgraden. Das kann ich gerade nicht aufwerten. Lager voll. Naja. Zeit für den Schluck. Leckeren Earl Grey. So. Wintereinbruch. Verlorene Hoffnung. Unsere instabilen Lebensstandards werden uns bald verzehren. Wir sollten danach streben, die Moral der Leute gut im Auge zu behalten. Wenn wir nicht das Gleichgewicht aufrecht erhalten, bleibt uns nichts... ...als zuzusehen, wie unsere Heimat zerfällt. Das hatte ich auch irgendwann schonmal... Du hast um die Moral in wenigen Tagen zu verbessern. Steiger die Moral der Arbeiterklasse auf über 40. Das hatte ich auch schonmal. Training abgeschlossen. Ja. Das Problem, wenn da das noch ist. Die sind... ...so kränklich. Vier Stück. Ich muss wirklich mal dringend in Richtung Medizin. Das wird langsam essentiell. So. Bei der Arbeiterklasse. Klar, unsere Lebensmittelproduktion ist im Winter... ...nicht sehr dolle. Unsere Wasserproduktion ist auch herabgesetzt tatsächlich. Interessant. Das sind dann das doch wieder in Pumpen zu wandeln. Pumpen... Hm. Mir ist es bisher in Vergangenheit einfach gefallen... ...durch die Wasserrationierung die Leute ein bisschen... ...zu motivieren, weil auch Wasser natürlich... ...wichtiger... ...ist für den Körper. Damit die Leute zu... ...eine Stange zu halten. So Strukturen. Wo haben wir denn die Brunnen? Oh, falsch sortiert. Brunnen. Da hätten wir ja noch drei. Lager vollen. Ja, bitte upgraden. Ja, bitte upgraden. Ja, nochmal wagen. Ben aufzuwerten. Fehlt uns Bronzebarem. Bronzebarem. Ich eigentlich sparen wollte. Für die Forschung. Was für ein... ...Beteufelskreis. So. Okay, das Lager... ...ist jetzt auf jeden Fall schon mal fertiggestellt. So, dann sollte sich ja auch die... ...Lagerkapazität auch entsprechend erhöhen. Lager gesammelt. Habe ich noch einen im Bau. So, Pumpe. Ja, das ist schon eine Lagerhalle. Wollte die noch upgraden zur Lagerhalle. Jetzt haben wir eh schon so Probleme mit dem Lagern. Das reißt dann auch nicht so... ...raus, ehrlich gesagt. Jetzt hatte ich da hinten noch einen Lagern. So, die zwei Brunnen lasse ich mal... ...vorsichtshalber. Der Schwede, warum ist denn jetzt da... Wasserproduktion so übelst? Alle nur durch wenige im Winter. Dafür habe ich doch die Wasserpumpen. Kann ich produzieren, Lager voll. Okay. Okay. Lange Rede. Wenig Sinn. Wollen wir einfach mal ein zusätzliches Lager schaden. Tut es nicht. Vielleicht hilft das ja kurzfristig. Das ist ja kurzfristig. Das ist ja kurzfristig. Das ist ja kurzfristig. Das ist ja kurzfristig. Und jetzt ist das, wie ich hier bin. Ich bin der Schleif von Hörger. Das ist ja kurzfristig.